Es ist total bescheuert, was hier passiert. Vorgestern habe ich ein Video dazu gemacht, wo der Unterschied und die Gemeinsamkeiten zwischen Baldur's Gate und Lord of the Rings ist. Da waren die Preise, meine ich, bei 370 und 480 Euro Deutsch und Englisch. Jetzt sind wir bei 390 und 560 Euro bei Cardmarket. 1, 2, 3, 4, 5 verfügbar, bevor wir zu 699 Euro kommen. Abgefahren hoch 10, ich weiß nicht, ob jemand und falls ja, wer diese Preise bezahlt. Aber wir schauen uns heute den viel zu frühen Expected Value an. Lohnt sich das hier überhaupt? Ist es 560 Euro wert? Wie immer orientiere ich mich ein bisschen an dem Artikel von Wizards of the Coast, Collecting the Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth vom 30. Mai. Denn hier stehen eine ganze Menge Informationen drin. Zwar, welche Karten wo gefunden werden. Hier habt ihr schon mal gesehen. Der eine Ring, die Soil Rings, die Box Topper, Borderless Scene Cards, weitere Borderless Karten, das sind Promos hier, Showcase Ring Treatment, neun Nazgul, neun Ringgeister. Und hier sind wir bei den Collector Boostern. Hier steht ausnahmsweise mal richtig viel wieder drin. Drei Foils, eine Vollkammel, bla bla bla, neun Länder gibt es hier. Und unendlich viel Text und viele Karten. Und das ist die Übersicht, mit der ich arbeite. The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth, Collector Booster, Contents. Ein Double-Sided Token. Ein Traditional Foil, Fullart, Middle-Earth Map, Land. Drei Foils. Kann auch eine vierte sein. Kommen wir noch später zu. Eine Traditional Foil, da ist sie genau. Soil Ring oder One-of-One Soil Ring. Zwei Uncommends, eine Foil Rare Mythic Rare, eine Non-Foil Extended Art Main Set Rare Mythic Rare. Non-Foil Extended Art Commander oder Starter Kit Rare Mythic Rare oder Jumpstart. Non-Foil Showcase Ring oder Nazgul. Non-Foil Borderless Showcase Ring oder Borderless Box Topper. Non-Foil Borderless Scene, Kommen Uncommend Rare Mythic Rare. Traditional Foil Showcase Ring, Nazgul oder Borderless Scene. Und Traditional Foil Alternativen Border oder Search Foil Box Topper. Das ist da alles drin. Looky, looky im Google Spreadsheet. Da sind wir dabei. Guckt euch diese Tabelle an. Ich gehe mal einmal durch mit euch. Von oben nach unten. Also einmal guckt euch das mal an hier, den Spaß. Und ja, die Wahrscheinlichkeiten sind richtig wild teilweise. Aber diesmal kennen wir jede Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist das so genau wie noch nie. Bis auf die nummerierten Karten sind eigentlich weniger als 0,01, 0,025, 0,030 und 0,0003%. Aber ich habe jetzt diese Obergrenze angenommen. Nach unten geht immer. Aber das ist jetzt der maximale Wert, wenn es genau 0,00, 0,003 wäre und nicht 0,00, 0,00274. Das ist die Variable, die ich noch habe. Dann kann ich euch noch sagen, bei den Search Foil Box Toppern gibt es bisher erst eine, die überhaupt bei Cardmarket angeboten wird für 349 Euro. Das ist jetzt nicht der Durchschnittspreis, den ich genommen habe, sondern ich habe mich ein bisschen an den Foil Box Toppern orientiert. Und ich glaube, das war es. Am Ende schauen wir uns auch den 95% Verkaufspreis an. Falls ihr bei Cardmarket verkaufen wollt, kommen wir noch 5% Gebühr dazu. Und ganz wichtig, diese Preise sind vermutlich super aufgebläht. Also hier werden sich Preise noch verschieben. Chase Karten wie Ockish Bowmaster oder wie das heißt, werden noch teurer. Und dieser ganze Balkschrott, der jetzt noch 2, 3, 4 Euro wert ist, wird auf alle Wern unter 1 Euro noch droppen. Das ist in den letzten Sets immer so passiert. Ich mache das nur ganz gerne, um einen Vergleichswert zu haben, die viel zu frühe Finanzanalyse. Jetzt los hier mit den Double-Side-Token. Sind keine gelistet. Die Voll-Middle-Earth-Map-Länder sind 81 Cent wert im Schnitt. Keins davon ist über 1 Euro wert. Aber ich habe mich entschieden, hier bei diesem Kram bis zu 50 Cent Beträgen zu gehen. Die Voll-Commons sind 4 Cent wert. Die Voll-Uncommons 31 Cent. Und die Voll-Non-Foll-Showcase-Uncommons 12 Cent. Erhöre den EV hier schon mal um lästige 1,70 Euro. Falls ihr diesen ganzen Mist nicht haben wollt. Ich habe hier unten die Summe. Ich habe hier die Summe der Uncommons, Cumons, Tokens und Basic-Länder. Und dann auch nur die serialisierten Karten. Und am Ende ziehen wir das auch nochmal voneinander ab. Sodass ihr seht, was ist eigentlich in einem Collector-Booster ohne Uncommons-Tokens, Basic-Ländern und vielleicht auch ohne serialisierte Karten enthalten. Die Nazgul, 9 Stück an der Zahl, in 9 Voll, sind schon 2,82 Euro wert. Erhöre den EV um 25 Cent. Kommen auch nur zu 9 Prozent in diesem Slot vor. Aber ja, fand ich spannend, dass die Dinge halt fast 3 Euro wert sind. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Rare-Slot. Voll-Mainset. 3,68 Euro wird getragen von einigen Karten wie Orcish Bowmasters. Erhöht den EV um 3,15 Euro, denn zu 85,7 Prozent ist hier eine Karte in diesem Slot. Und nur zu 14,3 Prozent ist eine Mythic Rare in diesem Slot, die im Schnitt 14,77 Euro wert sind. Erhöht den EV um 5,27 Euro. Allein dieser Slot. Vorher waren wir bei allen bei 1,95. Nur zum Vergleich. Der nächste Slot, Extended Art-Mainset. Hier sind 28 der 60 Rares und 9 der 20 Mythic Rares, die kein weiteres Treatment haben, außer Extended Art. Die sind 3,66 Euro, sogar 2 Cent günstiger als die... Ja, okay, sind halt auch nur ausgewählte 28, ne? Zum Beispiel die Orcish Bowmaster sind nicht dabei, deswegen ist das hier ähnlich. Und 10,79 Euro, 1,50 Euro. Dieser Slot erhöht den EV um 4,65 Euro. Gucken wir mal kurz rein. Wo sind wir insgesamt? 142,37 Euro schon. Dann haben wir noch einen Slot Extended Art Commander, Starter Kit und Jumpstart Karten. Da sind die Rares bei 2,90 Euro und die Mythic Rares bei 8,97 Euro. Aber hier, das ist auffällig, haben wir zu 94,2% ne Rare und nur zu 5,8% ne Mythic Rares. Deswegen ist der EV der Mythic Rares hier deutlich niedriger als hier oben zum Beispiel. Ja, also ihr werdet seltener die Starter Kit Mythic Rares ziehen. Nur zu 5,8% und davon halt auch nur ein Zehntel. Also zu 0,58% sogar. So, dann haben wir noch einen lustigen Slot, wo einzelne Karten gefühlt... Na hier, es gibt einen Slot nur für Mount Doom. Borderless Land, da gibt es 5 Stück in Rare. The Shire, Means of Moria, Rivendell, Barad-Dur und Minas Tirith. Und in Mythic Rares gibt es nur Mount Doom. Und das haben wir gleich nochmal in Feul. Die Borderless Lands sind 4,39 Euro im Schnitt wert. Und die Showcase Ring Karten, das sind die, wo man durch so ein Loch durchguckt. 1,72 Euro. Erhöhen den EV hier um 1,44 Euro. Und die Mythic Rares dazu, Mount Doom ist 9,95 Euro wert. Die Showcase Ring Frames 10,14 Euro. Und hier sind die Box Topper das erste Mal auch. Die sind 20,58 Euro im Schnitt wert. Sind 30 Stück, erhöhen den EV um 6,52 Euro. Denn so selten sind die gar nicht. In diesem Slot sind die fast in jedem dritten Booster zu 31,7%. Da war ich ziemlich verwundert. Erhöht den EV um 8,96 Euro dieser eine Slot. Das ist stark. Das ist außerordentlich stark. Also, dass hier die Box Topper fast in jedem dritten Booster sind. Das muss man mal beobachten, ob das wirklich so passiert. Aber da ist natürlich auch eine Range zwischen 60 Euro und 2 Euro. Weiter geht's mit einem Slot, wo nur Cummins und Uncommons enthalten sind. Die Borderless, eine Voll-Borderless-Scene-Karte. Voll-Showcase-Uncommend. Voll-Borderless-Scene-Uncommend. Oder ein Voll-Nazgool. 93 Cent, 1 Euro, 2,09 Euro und die Nazgool sind fast 13 Euro wert im Schnitt. Dieser Slot erhöht den EV nur um 1,60 Euro. Und ihr seht hier, die Nazgool sind nur bei 2,3%. Also auch wirklich selten. Wollen wir mal kurz den Zwischenstand angucken? Alle Cummins und Uncommons-Tokens sind 42,57 Euro wert. Wer also die gar nicht berücksichtigen will, muss die hier von den 308 Euro abziehen. Fun Fact, 308 Euro ist teurer als mein Einkaufspreis, meine ich. Ich glaube, ich habe knapp 304 bezahlt oder so. So, just saying. So, what it geht, nicht? Nächster Slot ist der Borderless-Slot. Und das kann alles sein von Rare, Mythic Rare, Uncommend oder Cummend. Zu 37,5% eine Cummend, 29,2, 27,3 und zu 6% eine Mythic Rare. Und wir haben 20 Cent Cummends, 88 Cent Uncommends, 5,14 Euro Rares und 16,52 Euro Mythic Rares. Dieser Slot erhöht den EV um 1,87. Sogar schlechter als der hier mit 1,60. Nee, gar nicht. Ist sogar ein Tick besser. Ja, hier sind halt die Nazgul drin, ne? So, dann haben wir noch einen Slot nur noch. Wir sind schon bei 330,39 Euro. Es ist noch nicht 380 Euro auf Deutsch. Und es ist noch nicht 560 Euro auf Englisch. 560 Euro finde ich auch Quatsch. Ich habe eigentlich gedacht, ich rechne jetzt hier mit 380 und 480 und gucke, ob das passt. Aber der Preis ist jetzt bei 560. Wo kommt das her? Wir haben hier einen gesamten Slot, der sich zu 100% ergänzt. Und dann diese hier, diese nummerierten Karten und auch unnummerierten Human Soaring. Aber ich meine, am Ende wissen wir auch, wie viele davon da sind. Die kommen nur auf 0,7% in Gänze und ziehen sich hier von diesen 3 bis 4 Vollcomments ab. Also dieser Slot ist nochmal zu 100% und dann gucken wir uns die nummerierten Karten an. 0,7%. Nummerierte Karten oder Soaring. Die, der Full Monty Slot. Alternativ Art oder Search Foil Box Topper. Was heißt das? Foil Showcase Ring Treatment. Foil Borderless Lander. Das sind die 50, die ich aufgezählt habe. Foil Borderless Scene Card. Das können die sein von Samwise, Gollum und Frodo am Mount Doom. Oder von Gandalf, wie er Feuerwerk macht. Oder eben auch von der Schlacht auf den Pelennor Feldern. Foil Showcase 4,71 Euro zu 24,8% inhalten. Foil Borderless Lands 9,40 Euro zu 9,9% inhalten. Und die Foil Borderless Scenes 9,70 Euro zu 39,7% inhalten. Wir haben die 400 Euro Marke geknackt. Und das sollte ja noch egal sein, ob Deutsch oder Englisch. Denn nur dieser eine von einem Ring ist nicht in den deutschen Collector Boostern enthalten. Jetzt kommt es zu den Mythic Rares. Foil Showcase. Ihr wisst schon, Ring Treatment. 37,19 Euro. Tritt zu 5% auf, erhöht die Niveau um 1,86. Die Foil Borderless Lander. Das ist am Ende Mount Doom. 15,30 Euro zu 1,2% inhalten. Foil Borderless Scene. 27,94 Euro zu 8,7%. Und Foil Extended Commander. Die tauchen hier auch auf zu 14,04 Euro. Sind in 9,9% aller Booster enthalten. Und dann haben wir noch die Search Foil Box Topper. Ich zeige euch mal den Preis der anderen Box. Naja, noch nicht. Das ist jetzt einfach der doppelte Preis der normalen Box Topper. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber ich wollte da nicht 100 Euro hinschreiben. 349 Euro. Was ist das für ein Preis? Und es war nur eine durchschnittliche Karte. Pill of the Paroons oder sowas. Die sind schon selten. Die tauchen nur zu 0,8% der Fälle auf. Dreimal so häufig wie ein unnummerierter Elfen-Soul Ring. Das heißt, eigentlich müssten die dann knapp nur 9.000 enthalten sein. Ja, ich will jetzt nicht rechnen. Aber ich habe sie mit 41,17 Euro bepreist. Ich mache euch die Farbe hier mal knallig. Damit ihr seht, da ist eine Variable drin. Hier habe ich keine Ahnung, was der Preis ist. Machen wir mal 100 Euro. Dann sind wir bei 481 Euro. Machen wir mal nur 20 Euro. Sind wir bei 474 Euro. Okay, also so viel macht es gar nicht aus. Am Ende macht es nicht so viel aus, weil es nur 0,8% ist. Aber er erhöht ihn wie um 33 Cent. Und dieser gesamte Slot erhöht ihn wie um 12,14 Euro. Mal 12. Dieser Slot in einem Collector-Display hat den Wert von 144 Euro. Krass. Und jetzt sprechen wir noch über den Boxstopper. 24,57 Euro. Solide. Voll Boxstopper. Aber auch hier von 80 Euro zu 5 Euro kann da alles drin sein. Wahrscheinlich eher Richtung 10,12 Euro. Wir haben jetzt hier alle Karten bis auf 0,7% von einem Slot berührt. Die Summe ist 39,67 Euro pro Booster. Das sind 565 Euro pro Display. Dafür haben wir 46,55 Euro Comments, Uncomments, Tokens und Basic-Länder. Fehlen uns nur noch die serialisierten Karten und die anderen 19.000 Solringer. Mal schauen. So. Die 19.000 Solringer. Ich habe mir die Preise der vergangenen Sets angeschaut. Brothers War und March of the Machine. Da gab es auch Uncomments und Non-Playable Rares. Nummeriert 1 von 500. Da kommen wir gleich zurück zu den Preisen. Und diese Preise habe ich dann durch 10 geteilt. Also von den Karten, über die ich gleich spreche. Und kam dann auf, ein recht stabilen Preis für diese Karten. 100, 128 und 300 Euro. Okay. Ich kann euch was sagen. Ich mache nochmal. Die blende ich auch ein. Und jetzt sage ich euch genau, wie ich dazu kam. So. Der Nummer 1 von 700 Dwarven Solring wurde gezogen. Und wurde für 13.000 US-Dollar verkauft. 1 von 700. Ich dachte mir, okay, das ist die 1 von 700. Und das ist der allererste. Das ist niemals eine 13.000 Euro Karte im Schnitt. Aber. Ich habe zum Beispiel ein 1 von 500 Warren Clex verkaufen sehen. Äh. L-Schnorren. Das sind alles Karten, die zwar schön und gut sind. Aber diese Solrings. Wir sind halt alles Idioten. Das ist nur eine normale Ankammel eigentlich, die einen Euro kostet. Aber ich kenne uns Menschen. Deswegen habe ich die Standardvariante auf 1.000 Euro gesetzt. Voll Human Solring. Wenn ihr bei Kartenmachern guckt, die sind teurer drin. Aber ich glaube 1.000 Euro. Dann habe ich durch 900. Ne, mal 900 durch 700 gerechnet. Also weil der Dwarven Solring ist ja seltener. 1.285, 1.71. Und der Elfenring ist dreimal so selten wie der Menschenring. Deswegen das dreifache 3.000 Euro. Und dann, da die Wahrscheinlichkeit, diese Karten zu ziehen, ein Zehnfaches schwieriger ist, als diese Karten zu ziehen, habe ich den Preis von den Human Solring, Dwarven Solring, Elfen Solring einfach ja auch ein Zehntel genommen. Und so kommen wir auf 100, 128 und 300 Euro. Wir sind schon bei 532,37 Euro. Und ich kann verstehen, wenn ihr damit nicht ganz einverstanden seid. Machen wir mal die Hälfte. Sind wir bei 516 Euro. Seht ihr? Das macht gar nicht so viel aus. Klar, 16 Euro ist viel Geld. Aber, am Ende habe ich euch ja auch die Summe gleich noch angezeigt, ohne alles. Ohne Schnickschnack. Damit ihr das mal sehen könnt. So, und der One of One Ring. Es gibt ein gestehendes Gebot. 2,5 Millionen US-Dollar. Boom. Umgerechnet in Euro. 1 zu 1. Einfach mal gerade gemacht. Erhöht den Evian 75 Cent. Macht den Kohlen nicht fertig. Ich gehe nochmal zurück für euch. Huch. 532,37 Euro. 541,37 Euro. So, ihr wollt die bereinigt sehen, weil die 46,55 Euro und die 40,71 Euro würde ich persönlich da abziehen. Und dann kommen wir zu 454 Euro und 10 Cent. Ist ein Collector Display wert, wenn man den Bulk, sprich comments and comments, basically in der Token rauslässt. Und auch nicht so naiv ist und glaubt, dass man eine serialisierte Karte oder eine dieser anderen Mythic Rare Saw-Ringe zieht. Denn die sind ja auch viel, viel seltener als zum Beispiel so ein Search-Fall-Box-Topper. Und den wird man auch kaum ziehen. 95% bedeutet 431,39 Euro. Das ist weit weg von den 541,37 Euro. Aber ich würde sagen, das ist realistisch gerade. Und auch für die deutschen Collector Displays. Das heißt, da ist jetzt ja der Ring rausgerechnet. 431,39 Euro. Ist der EV am 16.06.2023. Ich bin gespannt, wie sich dieses Set entwickelt. Es ist super krass. Es ist das erste Mal, dass Wizard sowas macht. Und diese hier, die sind nicht zu unterschätzen. Eigentlich sind das auch nummerierte Karten. Zumindest sehr stark limitierte. Auf jeder steht ein 9000stel, ein 7000stel und ein 3000stel drauf.